Er ist wieder da. 285 Tage nach seiner Krebsdiagnose steht Marco Russ wieder auf dem Fußballplatz, genießt den Jubel der Fans. Nach dem Abpfiff teilt Russ die Gänsehaut-Momente mit den Menschen, die in den vergangenen Monaten mit ihm gelitten haben. Ehefrau Janina, Töchterchen wieder und natürlich auch seinen Mitspielern. Momente, in denen der Sport den Russ über alles liebt, in den Hintergrund tritt. In so einer Situation, in der ich mich befunden habe, gibt es einfach nichts Wichtiges wie Familie. Da bringt dir der Fußball nichts, sondern da ist die Familie, die für einen da ist. Deshalb war es mir wichtig, dass alle da sind heute, die mich die ganze Zeit begleitet haben. Leider konnte Moses, mein Sohn, nicht, weil er ein bisschen krank ist, Grippe auch. Aber er hat es, denke ich mal, vom Fernseher verfolgt. Von daher war ich froh, dass alle da waren. Marco Russ hat sich wieder rangekämpft. Nach Krebsoperation, Chemotherapie und unzähligen Trainingseinheiten. Sein Comeback gestern Abend ging übrigens fast schief. Die Fans klatschten sich die Finger wund, doch Marco Russ stand an der Außenlinie und durfte nicht rein. Denn der Ball rollte partout nicht ins Aus. Und nur dann darf ein Spieler eingewechselt werden. Auch Russ freundliches Nachfragen beim vierten Schiedsrichter brachte nichts. Und dabei lief schon die Nachspielzeit. Ich habe natürlich gehofft, noch ein bisschen früher reinzukommen, aber dann stand ich da noch fast zwei Minuten draußen. Nein, Spaß beiseite. Ich war erleichtert, dass ich endlich wieder so halbwegs das Niveau habe, um der Mann auch helfen zu können. Das hat mich gerührt, beziehungsweise ich glaube, die ganzen Zuschauer, die 39.000, die da waren, egal ob es die Bielefelder Anhänger waren oder unsere Anhänger, sind gerührt gewesen. Denn nach einer Kriegserkrankung wieder zurückzukommen, das ist schon Wahnsinn. Und ich freue mich so sehr für ihn. Und so durfte sich die Eintracht gleich zweimal freuen. Einmal über den Halbfinaleinzug und noch mehr über die Rückkehr von Marco Russ.